So, er will wieder nicht nach oben. So, was mach ich denn jetzt? Wenn ich einfach normal und nicht so rege. Äh, wie lame. Achso. Äh, achso. Hä? Na? Ja, meine Waffe ist unsichtbar. Oh, geil. Okay. Gut, gegen Springen ist es nicht, also schieße ich gegen. Wenn ihr auch vielleicht vorher probieren könnt. War da was? Muss ich mir eigentlich Luft holen? Ich versuch's mal am Stück zu schaffen. Ich seh schon, das wird nix. Aber es ist mir egal. Vielleicht spare ich damit Zeit. Und wenn nicht, dann verschwende ich Zeit. Und zwar eure. Ja, ja. Und meine gerade im Moment. Gut zu wissen. Ach, Leute. Wieso spiel ich das nochmal? Weil du's musst. Ja, stimmt. Aber irgendwie mag ich's auch. Es war total asozial, abartig, krank, gestört und, äh... Was weiß ich noch alles, aber es ist, äh... Trotzdem ein lustiges Spiel. Irgendwie. Oder so. Und hoch. Ich werde mich keine längere Luft anhalten, als der Typ hier. Jetzt benutzt nicht die Ausrede. Ja, der taucht aber noch zusätzlich und benutzt die Arme und strengt sich voll an. Ja, glaubst du, ich streng mich nicht an, oder was? Ich streng mich bestimmt mehr an, als der Typ da. Vor allem weine ich mehr Blut, als er. So. Und einfach mal springen. So. Jetzt ballern. Das war's schon. Okay. Weil, ich hab da gerade eben, als wir da abgeknallt waren vor diesem Mega-Laser, ging da auch so ein blaues Energie-Teil lang, was uns gekillt hat. Oh, schmö! Mann, ab! Vor allem, das ist sehr realistisch. Er schwimmt nach unten, wie eine Rakete. Aber nach oben, weil er sowieso von Natur aus noch oben treibt. Da brauche 8 Millionen Jahre, bis er mal angekommen ist. Junge, mach die Kerze weg. Danke. Zukunft schwimmt ist out, jetzt hier gerade. So. Jetzt schwimmt er wieder, geht er wieder voll ab, weil keine Sprites auf dem Feld sind. Ja, ist ja klar, natürlich. Ach ja. Wieso eigentlich so? Maler. So offen ist jetzt die Grafik, dann auch wieder nicht. Wee! Stirb nicht, Kumpel. So. Den haben wir abgekriegt. Was wäre nicht passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Egal. So. Und jetzt dürfen wir eigentlich nicht sterben. Hey! Geil! Und jetzt? Hm. Ah! Schön. Wieso ist das jetzt passiert? Hä? Jetzt bin ich konfust. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Wie viel Uhr haben wir eigentlich mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, das Spiel raubt mir mein Zeitgefühl. Meine Uhr liegt nebenan. Silber! Silber! Wurde mir gerade ganz unauffällig reingeflüstert von der Regie. Mir tut alles weh. Mir tut alles weh. Und ich spiele nur ein Spiel. Ich spiele nur ein gottverdammtes Spiel. Ein ekliges gottverdammtes Spiel. Nein, das ist... Ach, doch. Das gleiche habe ich bei Heart of Darkness irgendwie auch gesagt. Aber ich wünsche mir Heart of Darkness langsam zurück. Ach so, das ist schon aus. Äh... Ja gut, dann isst mich. Njam, 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 njam. Gut. Jetzt kommen wir den Checkpointe großzügiger als alles auf der Welt. Ist schon klar. Ist schon klar, Murat. So. Machen wir das auch hier. Und laden das einfach mal auf. Ich habe eine Idee. Naja, ich glaube, Heart of Darkness sagt Schild. Hm. But I have an idea. I got an idea. Ach, halt mich doch. Ich habe eine Idee. So. Wir schießen jetzt einfach die rechte Wand direkt voll übelst krass kaputt. Und ähm... Bam. Bam. Ach so. Ah, ich habe eine Idee. Ja, das ist so viel dazu. Trotzdem, ich habe weiterhin eine Idee. I got a plan. Ah, ha, ha, ha. Dam, 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 dam. So. Und nochmal auf ein neues. Ich bin gerade minimal motiviert, da wir ein bisschen weitergekommen sind. Fast sofort. So, geh auf, jetzt die hinteren Zugrücken. Nein, oh, doch nicht. Ah. Gott. Ja, hör auf zu schießen. Ach, das geht auch... Warum geht das jetzt auf einem Automat? Nein. Wuhu. Okay, ich renne einfach nur. Ich muss ja scheinbar nichts automatisch selber aufschießen. Gut, dass man auch erkennen kann, welche automatisch aufgehen und welche man kaputt schießen muss. Nicht wahr? Willi, 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 Willi. Was ist mit Oskar passiert? Vielleicht war der Typ, den wir da mit diesem Kronleuchter erschossen haben, ja, Oskar. So, wir haben ja gemerkt, die springen sind... Hallo? Die springen sind wir schneller, wollte ich gerade sagen. Don't shoot at me. Oh, wie viel ist das denn? Oh, Freiheit! Freue! Äh, was? Achso, hallo. Na, alles klar. Ich glaube, ich hätte ein Schild erzeugen sollen. Ja. Naja, jetzt bin ich schlauer. Okay. Also, merke beim Rennen nicht springen. Dann solltest du passieren, irgendwie komische Sachen. Die absolut keinen guten Sinn haben und keinen Grund und... Ach, Mann, 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 Mann. Ich glaube, ja, der Igel hat das Spiel nur ausgesucht, weil er mich so mag. Weil das, äh, das Spiel, das zeigt schon förmlich eine tiefste Zuneigung. Doch, denke ich schon. Schön, okay, jetzt! Run! Forest! Willi! Mir egal, okay, und jetzt! Schild! Achso, ja. Ich weiß nicht, kann die schon lang, oder was? Die haben aber... Ich hab keine Muni mehr! Wie soll ich denn den Scheiß machen? Oder hab ich grad meinen Schuss mit denen? War mir echt egal. Ich hab keinen Plan mehr. Das Spiel bringt mich echt zum... Es gibt Leute, die schaffen dieses Spiel unter einer halben Stunde. Ich gehöre nicht dazu. Aber ich schaff das, ähm... Ne, wir haben von den Leuten, die das unter einer halben Stunde schaffen, für jede Minute ein Video. Ja. Das würde hinkommen, würde ich sagen. Sprich, ähm... 30. Ey, wenn das hier länger als Hand of Dark, das wird so ein kurzes Spiel, dann reiß ich mir aber irgendwas raus. Dreh dich um, du Handwurst! Wieso kann ich nicht durch mein eigenes Schild schießen? Hahahaha, nur auf dein eigenes Schild kommt um die Hände. Ey, grad eben konnte ich das auch immer. Aua! Das hat wehgetan. Nee, 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 ich kann. Huhuui! Und schießen! So. Wow. Bam, bam. Alles geht wieder zu hoch. Alles wird zerstört. Zerstört. Ja. So, mittlerweile hab ich dann auch mal rausgefunden, dass ich meine eigenen Schild auch kaputt machen kann. Das wusste ich bis eben noch nicht. So. Die knallen wir erstmal normal ab, hab ich grad beschlossen. So, beschildt. Bam. So. Lad schneller auf, du Ochse! Und jetzt? Achso, da kommen noch mehr. Ja. 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 Boah, gut, dass ihr so wenig Schilder habt. Das solltet ihr ja. Guck mal, hab bitte. Das geht's nicht. Aha, Leute. Ich schaff das schon noch. Und zwar genau jetzt, im Moment. Pass auf. So. Bam. Wand. Oho, öffne dich mir. Sesam, öffne dich. Okay. Weil ich hab so ein Gefühl, danach kommt eine epische Katze. So mega. Bam. Special Effects. Wir treffen Oskar wieder. Und wir kriegen vor allem einen Checkpoint in einem neuen Bereich. Das wäre für mich, äh, ja. Wie Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig. Und Oster. Warum Oster? Ich weiß es nicht. Zack. So. Ey, du ekelhafter. Hör auf, neulisch. Hallo? Ha, ha, ha. Neuer Plan. Neuer Plan. Neuer Plan. Ich ballere einfach jetzt bei jedem sofort drauf. Vielleicht sind die Schilder ja dann vollkommen überflüssig. Wer weiß das schon so genau? Außer Leute, die dieses Spiel kennen. Aua. Ich bin auf meinem Kabel getreten. Zack. 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 Schön. Zack. 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 Ich bin nicht schnell diesmal. Guck euch das an. So. Und weiter ballern. Weiter ballern. Weiter ballern. Weiter ballern. Verpisst euch einfach, Jungs. Das ist jetzt irgendwie die Schachpatze-Torz. Verweilung. Nein. Neun. Oh. Schieß. Da ist noch einer. Wie viel kommen denn da noch? Irgendwie komme ich denen immer näher. Das gefällt mir nicht. Hallo? Nimmt das überhaupt ein Ende? Ja. Das war's. Hallo? Wie viel kommen denn da? Das ist doch unfair. Ja. Ich versuche jetzt was. Ja, ich wüsste ja irgendwas machen können, weil ich hab jetzt acht Millionen von diesem Typen über den Haufen geballert und irgendwie ist mal so gar nichts passiert. Schön! Fail! Hallo? Ja. Ins kalte Wasser. Das erhielt mich an den Anfang. Babababam. Zack. So. Und hier. Eins. Lad schneller auf. Zwei. Wunderbar. Zack, zack, zack. So, es kommen beinahe unendlich von dem Typen auf mich zugerannt. Das heißt, ich kann nix machen. Wey. So. Busch, 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 busch. So, I try thumbs up. So, und ich renne jetzt einfach mal zurück. So, ja, dann schauen die wieder an. Okay, ich hab keine Lust mehr, Leute. Tschüss, bis dann. So, Leute, willkommen zurück zu dem liebsten Spiel aller Spiele out of this fucking world. Und ja, ich hab was herausgefunden, da, ja, wir. Ja, egal. Wir wussten echt nicht, wie das gehen soll. Keiner von uns kam auf die Idee, bis wir dann die Lösung hatten. Wir müssen nochmal zurück, denn wir haben was vergessen. Und das haben wir sonst eigentlich auch einige Male gemacht. Aber ich bin so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich nicht so, dass ich mich 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 so, dass ich mich so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich mich